Musik Servus und hallo beim Let's Play Footballmensch21, wir haben ja arbeitlos gestartet und jetzt sind wir ja in Kanada und ich freue mich sehr, dass ihr mir eingeschaltet habt. Ich zeige euch nochmal die Vereinsinfo. Ja, ich habe es wirklich nicht aufgenommen, ich habe ja auch nur das letzte Spiel gestartet. Da ist leider eine Folge Bug entstanden, die ich nicht rauskriege, also Grashoppers. Aktuell wird es leider keine neuen Folge geben, weil ich müsste alles nochmal neu aufnehmen. Es fehlt mir einfach gerade die Zeit. Wir machen weiter mit unserem Kanada Let's Play, was ja auch richtig toll ist. Und ich habe eigentlich gesagt, ich mache Dienstag und Samstags abends Let's Play Football Manager, aber die Woche schafft es einfach zeitlich nicht. Deswegen kommt es ganz normal in den Let's Plays, 12.30 Uhr. Ich hoffe, es ist halt damit einverstanden, dass es einfach so ist, wie es ist. Und jo, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich habe es auch eine ganze Weile nicht aufgenommen, wie ich gesehen habe, weil ich habe anderes Spiel aufgenommen. Ich hatte wirklich viel voraufgenommen gehabt und so ist es, wie es ist, dass es einfach ein bisschen gedauert hat, bis ich jetzt wieder aufgenommen habe. Ich freue mich sehr drüber, dass wir wieder da sind und ich freue mich, dass wir jetzt einfach weitermachen. Genau, ähm, ich habe nochmal die Transfers aufgemacht, dass ihr seht, wir haben ein Termin, also wir haben insgesamt 210.000 aufgemacht und nichts reingekriegt und wir schauen mal unsere Nachrichten an. Wir schauen mal, wie es weitergeht in der Nordamerikanischen Champions League. Wie weit wird da kommen? Ähm, ich bin gespannt. Ja, wir haben den Termin verloren, ich weiß, das weiß ich auch so noch. Und dass du mich daran erinnern musst, liebe Spiel. Also ich bin hier Donnerstag und Sonntag. Gehen wir mal auf unsere Taktik. Das geht auch ganz gut. Ah ja, ich trainier mich hier um. Das ist ganz gut. Ähm. Aufschlicken, wir legen uns noch. Neh. 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 Ja, wir gehen mal probieren, wenn wir es sagen, zack, und hier, zack, Box der Box, Kader, wie gut kann der Register, oder Ring, Register, dann wir sehen schon, gut. Seas, nehmen wir mal, weil ich kenne einen Mix Seas, und deswegen, nehmen wir ihn. Gut, wir haben, wieviel, fünf, führen müssen. Und jetzt, der Max ist wieder bei. Okay. Okay. So, dann, ähm. Gut, machen wir weiter. So, mit der Pressekonferenz, hat er noch Karten gehabt? Woher nicht? Okay. Und wir sind auf dem siebten Platz, ähm, ich hoffe, dass es noch besser wird. So, jetzt kommen wir gleich zum Spiel. So, dann. Ich kann auch zufrieden, zufrieden, install. Und, wir haben ein, äh, äh, ähm, äh, 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 äh. Das passt ganz gut so. Machen wir es so und ja, zwei Wechsel. Die Spiele wärmen sich auf, also 5.500 Kilometer, das ist schon Entfernungen. Und jetzt möchte ich natürlich wieder die Lautstärke anmachen. Ich komme gleich zu tun, bitte um kurze Geduld. Ich muss noch die Einlage anmachen, habe ich ganz vergessen. So, hier kommt es gleich. Der hat sich gut den Ball überhalten. Gut zugespielt. Schade, aber guter Versuch. Schade, aber guter Versuch. Also, ab diesem FM ist Kanada das erste Mal dabei. Als lexenziertes Land. Und deswegen finde ich es einfach ganz toll. Es ist doch der Auszufall, wenn wir dieses Jahr den Kanada-Display angefangen haben. Das ist doch eine ganz gute Wahl im Nachhinein. Nichts, der Versuch. Nichts, Ecke. Nichts, nicht. Nichts, nicht. Nichts, nicht. Dann kommt das erste Tor. Und 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 dann kommt das erste Tor. Ich habe keine ähnliche Aufstellung. Nur ein bisschen anders. Und wir haben... 84... Also, das Tor fällt noch. Ja. Und dann kommt das erste Tor. Und dann kommt das erste Tor. Was mir auffällt, ist, dass sich hier die Sitze geändert haben. Früher waren so Holzbänke im FM. Das sind so Sitzschalen. Fällt mir gerade so auf. Nebenbei. Die Linke. So輪raße von Icarbisch aus. Auf. Das war's für heute. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann mir nichts anderes dagegen sagen als gut abgewährt. Das wäre echt gut gemacht. Ich kann mir nichts sagen. Ich kann mir nichts sagen, ich kann mir nichts sagen. Ich hoffe, er macht den. Yes! Super! Ich bin gut auf Pause. Taktik. 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 Das war. Super. Taktik. Wir haben übrigens gewusst, dass es eben immer noch 11 Meter gibt, als vorher. Ich hab jedes Mal angefühlt. Chad, die Alright-Hulfit. geht das ist ein Schärger die das ist ein Schärger die Was war das für ein Einwurf bitte? 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 Okay super! Und einmal den Leak So Vielleicht würde ich den Vertrag doch verlängern Mach mal! Ein bis zwei Tage, das ist nicht schlimm! Aber wenn der gut ist, der macht gute Spiele, der hat mich jetzt gezeigt! Also kurz, mittel, lang, das passt sehr gut! Vorwärts? Redwärts? Redwärts? Sehr gut! Ich habe das für ein Einwurf, das ist ein Einwurf, das ist ein Einwurf, das ist ein ganz gut so loom cornerchamps gut ihr Lieben ich bedanke mich für das Einschalten bis in der nächsten Folge wieder bis dahin Servus euer Andi